KUTEG steht für Klausthaler Umwelttechnik. Genauer gesagt, wir sind ein Forschungszentrum an der TU Klausthal. Wir beschäftigen uns mit den drei Fachgebieten Energie, Umwelt und Ressourcen. Ich selbst bin in der Abwassertechnik tätig und das ist ein Querschnittsthema, das alle drei Bereiche umfasst. Das eigentlich Innovative an unserem Projekt ist, dass wir Klärlagen vom Abfallentsorger zur Rohstoffquelle umwandeln. Wir werden neben Phosphor auch Stickstoff und Magnesium zurückgewinnen, mehrere Stoffkreisläufe schließen und dabei auch noch CO2 einsparen. Was das Besondere ist, dass wir aus dem Labor, aus dem Technikum heraus direkt in die Praxis gehen und eine großtechnische Anlage in Nordheim bauen. Das ist ein Wichtigste. Das ist ein Wichtigste. Vielen Dank.